Hallo Herr Scholz, können Sie mir bitte sagen, wie lange diese Preise hochgehen? Wie lange noch teuer werden alles? Ah, so lange Putin spinnen, okay, okay. Und wann aufhören diese? Ah, sie nix wissen, aha. Diese nur beiden wissen, okay, okay, okay. Und wenn aufhören mit diesem Krieg, dann Preise wieder zurückgehen, oder? Ah, bleiben diese für immer, okay, okay, okay. Bis neuer Krieg, dann wieder ein bisschen hoch. Alles klar, okay, okay, okay. Können Sie, Herr Scholz, nicht vielleicht diese kurzen Monat einführen? So wie Kurzarbeit. Dass ein Monat 15 Tage dauern und alle 15 Tage Lohn, weil dieser Lohn nicht langt bei mir. Dieser Lohn nicht langt, geht nicht. Okay, okay, okay. Aber Sie wissen, Herr Scholz, was Benzin kostet. Ah, sie nix tanken, okay, okay. Andere tanken für sie, okay, okay. Lebensmittel, Sie wissen schon, einkaufen schon. Ah, Sie essen im Restaurant, alles klar, alles klar, alles. Und haben Sie eine Idee, vielleicht, wie überleben wir diese Krise, Herr Scholz? Ah, weniger essen, stimmt. Stimmt, diese gute Idee, Herr Scholz. Ah, weniger essen, sehr gute Idee, Sie sind sehr intelligent. Ja, aber wenn dann unsere Kleidung groß werden und alles hängen. Ah, stimmt, jetzt ist modern, alles ein bisschen, wenn hängen, stimmt, jetzt ist das eine neue Mode. Ah, Sie, sehr intelligent, Herr Scholz. Kein Wunder, dass Ihre Haare vom Kopf abhauen.